Anmerkung Nase runter, Nase runter, Nase rauf, Nase rauf, Nase rauf Ah, wir sind gleich da Schieß mal ein bisschen Hä? Hä? Schieß mal ein bisschen Wie denn? Wie denn? Ja, das Ding ist ja leer Und lass nämlich Co-Ploat So Rausspringen, alle aussteigen Machen, ich kann auch übernehmen Ich weiß Nein, kannst du nicht, weil ich hab die Steuerung nicht freigegeben Wenn du rausspringst, kannst du die übernehmen Ja, dann ja Ich hab keinen Fallschirm mehr reingepackt Müsste ich erst landen für Das Ding ist ja voll mit Fallschirmen Äh, ich weiß nicht, ob der es hier auch ist Nee, normalerweise sind alle Alle Helis mit Fallschirmen voll Also die großen, dicken Dinger Ja Ja, ja Der hat auch Fallschirm im Inventar Fünf Stück immer Das ist Standard, das gehört irgendwie dazu Ich glaub das gehört zu dem Vehicle dazu halt Von den Helis Und der Mission ist dazu eingetragen Keine Ahnung Ich hab keine Aber der fliegt auch so schön in die Kurven Das sieht so affengeil einfach aus Ja, ja So richtig geil Filmperspektive Mhm Vor allem das Ding hörst du nicht Das Ding hörst du es kaum Ich flieg erstmal dran vorbei Ich bin jetzt am Schreib denen wir kommen jetzt zum töten jeden der sich Habe schon, habe schon Weißt du wo ich landen will? Auf der E-Mir Auf der Burg Auf der Burg Genau Schade das ist mir hier auch aufgefallen Auf dem Server kann man gar keine Relikte farmen Ne? Ich weiß nicht wie das geht Ich weiß nicht wie das geht Ah ok Das ist nämlich auch auf vielen eigentlich Dass du hier auch Relikte farmen kannst Dass die hier nämlich auch eine Ruine Die haben wir auch 6000 irgendwie Guck mal Das erste Mal dass ich für ein Heli Kein Autohaver zum Landen brauche Schmal auf Position gehen Na ja warum kann ich nur mit der Ah Wir müssen gucken dass hier bloß keiner kommt jetzt Und hier hat man eigentlich super schön immer den Kavala Markt im Im Sichtfeld aber ich sehe den Marktplatz nicht Ah da hinten ist er Verarschen ey Was ist das denn ey Hab den schon Hab den schon Den 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 Der Den Den Na? Boah, es geht eigentlich. Ich bin Night Vision scheiße. Was hast du denn auf deine Hand, der Wurf? Oh, eine Taschenlampe, eine Taschenlampe. Rekt halt schon. Hä? Warum kann ich denn jetzt nicht? Hä? Passt dann, passt dann. Ja, ich kann nicht durch meine Waffe gucken. Nicht mit der linke Maust, hast du? Nicht mit der linke Maust, hast du? Ne, links wäre ja schießen, aber ich... Äh, drück mal zweimal ein. Drück mal zweimal ein. Hintereinander. Hintereinander. Hab ich schon. Und einmal? Und einmal? Dann klick mal einmal auf Schuss. Dann richtig ziehe ich eigentlich. Ah, jetzt. Wollte nur Visier wechseln, so. So, Mädels. Hier scheint frei zu sein. Was hast du den Cops jetzt geschrieben? Alle weg. Alle weg. Jetzt seid ihr alle tot. Hlö, ey. Amok-Love in Kavala. Ich krieg eins zu viel. Hm. Komm ich, komm ich, komm ich. Däffen. Däffen. Däffen, 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 däffen. 330 Meter bis zum Marktplatz noch. Komm lass mal ein bisschen durch die Häuser gehen. Ist mir persönlich ein bisschen sicherer. Wie viel Uhr haben wir? Warte mal, auf dem In-Game. Er hat doch normalerweise eine Uhr an. Als TV. Ja, K. Warum K? Ah ne, ist Kompass. Wo er drückt, wo er drückt. Ja, 2,43. Kannst du auch M drücken. Jetzt habe ich hier eh die Minimap offen. Das ist ja eh völlig egal. Ich höre kein Fahrzeug. Langweilig irgendwie ein bisschen. Ja, es fehlen so ein bisschen die Leute. Ja, noch so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall. Jetzt wird es ganz schön hell hier. Ich hasse so helle Gegenden. Irgendwie das Gefühl, dass die da irgendwas gemacht haben. Wir können auch schon... Laufst du zum Hakko? Laufst du zum Hakko? Ne, ich lauf zum Marktplatz erst mal. Ähm... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die irgendwas geplant haben. Aber wie sieht das eigentlich aus? Spielerfesseln, geht das? Eigentlich hier? Ey, bleib mal bei mir. Du bist da klar. Du bist da abgebogen? Abgebogen? Ich komm wieder zu dir. Ich komm wieder zu dir. Äh, Spielerfesseln mit STRG R, äh, SHIFT R, geht das hier überhaupt? Das kann ich dir nicht sagen. Das hab ich noch nicht ausprobiert. Das hab ich noch nicht ausprobiert. Ja, deshalb mal. Ey, man braucht Handschellen. Jo. Jo. In Rebellenstadt könnte man die eigentlich schworen. Ich weiß auch nicht, warum die Trotszeit irgendwie wieder ein Problem hat. Ja, die Rebellenstadt geht nämlich nicht mehr. Das hab ich gestern bei meiner Farmtour nämlich rausgefunden. Was ist denn hier für ne Keule drin? Wer wohnt denn hier drin in dem Haus? Ja. Hey, ich will nicht Night Vision an. Ich will Cold... Achso, das ist der... Kohle Fritze. Wollen wir mal hier durch. Da müssten wir jetzt jeden Moment beim Marktplatz sein. Bist du hinter mir? Nein, ich komm nur durch die Tür. Ja, ich komm nur durch die Tür. Okay. Ganz schön ruhig. Äh, okay. Es ist Kavala Sperrzone jetzt, ne? Ich mach mal ein bisschen Krach. Warte, ne? Achtung. Da sind überall Nagelbänder, ohne Scheiß. Lol, lol. Da sind dauernde Nagelbänder, ey. Warte, irgendwie hab ich schon ein dumpfes Gefühl bei der Sache. Guck mal eben oben auf dem Lizenzgebäude. Da irgendjemand sehe. Hä? Ich glaub, die haben die Nagelbänder noch von der Ostkirche wegen mir. Von der Ostkirche wegen mir. Naja, die sind neu. Vorhin waren nämlich weniger. Okay, okay. Kannst du auf andere Straßenseite? Straßenseite, Straßenseite wechseln. Da runter, runter, runter. Da ist offen. Geil, dass hier jetzt mittlerweile hier das Plakat ist. Bitte? Bitte? Geil, dass mittlerweile hier das Plakat ist, sag ich. Ja, auf den anderen da muss ich noch was drauf tun. Ja, auf den anderen da muss ich noch was drauf tun. Ja, ja. Ich weiß noch nicht was. Ich weiß noch nicht was. Wo sind denn die Bollen? Keine Ahnung, wo bist du? Keine Ahnung, wo bist du? Ich bin noch hier am Haus. Warte, ich schreib der Polizei mal eben. Blö, das ist ja überhaupt keiner mehr da. So verhegst du es noch drauf. So verhegst du es noch drauf. Ja, ja. Ist heute insgesamt gar nichts mehr los. Ist mal wieder auch spät. Lightning hat ja nichts besseres zu tun, außer mitten in der Nacht nach Hause zu kommen. Gar mitten in der Nacht. Ähm. Wenn er antwortet, weiß ich, dass er noch aktiv ist. Jemand tipp hier. Kann nicht wahr sein. Alter, irgendjemand schießt. Lass mir nicht, lass mir nicht. Hast du auf irgendwas geschossen oder was? Ja. Ja. Ob das Haus. Ob das Haus. Römern Fahrzeugkross. Hier vorne ist ja direkt die Garage. Kommt ihr hinterher. Ich geb dir Deckung. Da ist nur ein Ifrit dran. Da ist nur ein Ifrit dran. Ja, hol raus den Scheiß. Haube sei laut und mach Krach. Pass aber wie in den Neilbändern auf. Fahr ein bisschen damit rum. Vielleicht können wir ihn ja rauslocken. Ja. Ja. Wird sehr wahrscheinlich ein HMG rausholen. Hand HMG. Nee, das ist ein Einsatz für die Bundeswehr jetzt. Wie? Ja. Ja. Das ist jetzt der offizielle Einsatz für die Bundeswehr. Das ist jetzt der offizielle Einsatz für die Bundeswehr. Ja, aber Bundeswehr ist ja noch nicht drin. Nur sicher. Ein Fahrzeug ist schon dran. Ein Fahrzeug ist schon dran. Ja, tschüss. Oh, hab ich jetzt nicht wieder einen schönen Nagelband. Okay, alles klar. Ah, hier liegt jetzt auch ein Nagelband. Achtung, fährst du da gerade? Ja, du fährst los. Ja, ich weiß nicht. Überall hier Nagelbänder hingelegt, ne? Hier liegen ja überall Nagelbänder. Pass auf, hier vorne. Kavala einmal viereckig ist mit Nagelbändern abgesperrt. Fahr mal zum Akku und guck mal, was da so los ist. Ja. Ich taste mich so daran. Ich taste mich so daran. Ich wechsle einmal schnell die Strasseite. Achso, bist du draußen? Achso, bist du draußen? Ich bin nicht im Fahrzeug mit drin. Ich bin gar nicht erst eingestiegen. Ich geh ins Häuschen vom Market, weißt du? Da rechnen die wenigsten mit. Dass du in dem scheiß Häuschen bist. Ich bin Verkäufer. Ich bin Obstverkäufer. Hallo? Du möchtest denn kaufen Wurst? 6,50 Euro. Keine Schweinehunde. Ich schreib den Dings, der soll zum Dings kommen. Guck mal, ob du eine Handschelle irgendwie abgeiern kannst, ey. Hehehe. Hehehe. Das ist keine Männer. Scheiße, wenn man hier keine kaufen kann, ey. Eine Handschelle wäre cool. Könnten wir den Tremann festnehmen. Ich weiß, wie ich eine kriege. Ich weiß, wie ich eine kriege. Ja, wie denn? Zeig ich dir gleich. Zeig ich dir gleich. Nicht Zoverix töten. Nein, das hatte ich auch nicht vor. Nein, das hatte ich auch nicht vor. Geld. Schreibe ich hier. Schreibe Geld. Hä? Hä? Schreibt er? Schreibt er? Ja. Ja. Hast du gerade was abgeschlossen? Ja. Ja. Okay. Schreibt er so für sich? Oder so für sich? Nee, ich habe dem Tremann geschrieben, dass er zum Marktplatz kommen soll. Und der fragt, was habe ich davon. Dann habe ich dazu geschrieben. Geld. 2 Millionen. Wir verhandeln. Geh oben aufs Lizenzgebäude, ne? Jo. Jo. Hier habe ich ja vorhin voll reingeballert, ey. Ist da auch ne Gruppe dran? Ist da auch ne Gruppe dran? Nee, der ist noch nicht mit in der Gruppe. Weil ich drei Ziele habe. Weil ich drei Ziele habe. Drei Ziele? Wie? Drei Ziele? Mit was? Achso, nee. Achso, nee. Haha, nein. Ich hasse die Leitern am Lizenzgebäude. Die ist verbuggt nämlich. Du musst die ganze weg gerade rausgehen, sonst fällt sie runter. Ja. Laufen, 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 laufen. Das sind noch so kleine Flüchtigkeitsfehler. Das ist aber von den Spielen her. Ich bin runtergefallen, die Leiter. Ich habe es aber überlebt, komischerweise. Das überlebe ich auch. Das überleb ich auch. Das überleb ich auch. Das überleb ich auch. Komische Scheiße. Hä? Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich komme da gar nicht zu. Du musst immer gerade rausgehen. Du musst immer gerade rausgehen. Du musst immer gerade rausgehen. Du bist drum schießen. Du bist drum schießen. Du bist drum schießen. Ja, ich hab mal da rumgebolzt gerade. Ich muss mich gerade die Karte reparieren. Ich muss mich gerade die Karte reparieren. Was hast du denn gemacht? Ja, keine Ahnung. Kannst du dich aufhören? Kannst du dich aufhören? Nein, leider nicht. Die Polizei schreibt doch nicht zu, ne? Nein, nein. Stehe ich nicht. Zu weit aufgeschlossen? Ja, ne? Ja. Ja. Das ist ja langweilig hier, ey. Supreme Commander. Löl, da spielt endlich mal einer von meinen Leuten Supreme Commander. Wäre ja schon mal fast wieder eine Maßnahme, eine Aufnahme zu starten, Freunde, oder? Wie seht ihr das? Wollt ihr mal wieder eine Folge Supreme Commander Online sehen? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Gute Sache gerade. Ich muss in der scheiß General Store. Wer bist du? Du bist General Store. Komm mal her. Gib mich mal erst die Hilfe-Kästchen. Wenigstens wird das hell. Ja. Ja. Nur langweilig, dass die Polizei nicht reagiert. Sehr komisch. Na man, der ist doch voll der schlechte Bulle. Wolle. Hast du da gerade einen Hunter rausgepackt? Ich hab keinen Hunter rausgepackt. Ich hab keinen Hunter rausgepackt. Was hast du denn rausgepackt? Was siehst du denn rausgepackt? Siehst du heute nicht? Siehst du heute nicht? Ne, sehe ich nicht. Das ist ja im Nebel. Ja, 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 ja. Ich komme mal rein in den guten Nebel. Beweg dich nicht. Ach, Ifrit haben... Ne, hä? Kann man damit schießen mit dem Ding? Ja, äh, Rauchgranaten. Äh, Rauchgranaten. Ach so, du hast damit eine Rauchgranate abgeschossen. Eine? Eine? Ja, aber sind doch ja... Sein Halbkreis hier. Sein Halbkreis hier. Komisch. Auf jeden Fall inaktive Polizei. Da haben wir hier. Toll, Sperrzone. Keine Action. Langweilig. Mano. Wir müssen mal hier... Spieler töten. I need ammo. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Gut, dann würde ich sagen... Irgendwie passiert hier heute nichts mehr. Nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich, nee. Ja, aber morgen gibt es ja wieder eine Aufnahmesession. Das heißt, äh, da wird wieder einiges hier auf dem Server los sein. Und ich hoffe mit eurer Hilfe in Zukunft natürlich auch. Deshalb fangt an, euch AMA 3 zu besorgen und joint hier, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Warplay-Action. Natürlich gibt es Server, die größer sind, wo mehr los ist und äh, alles. Ich sag mal, wir haben das Problem, wir haben eine Tagsüber-Community zurzeit hier. Und nachts ist hier absolut nichts los. Außer immer die Stammspieler. Ähm, man hat vereinzelte Leute, die halt mal nachts joinen. Hm, komisch, komisch. Sehr komisch. Aber wenn ihr dann mal Interesse habt, könnt ihr ja natürlich seitdem herzlich willkommen. Ich will abgeknallt werden. Ich will abgeknallt werden. Ich will abgeknallt werden. Ich will abgeknallt werden. Ich schieße auch gar nicht auf dich. Warte sicher. Warte sicher. Nein, ich schieße nicht auf dich. Nachladen. Ladehämmung. Ja, übertreib. Hau raus, ey. Was, ey? Ich hab zwei Mal geschossen. Ich hab zwei Mal geschossen. Hau raus den Scheiß. Glauben. Soll ja mal Wörde voll abkratzen, ne? Äh, abtreten. Äh, abtreten. Klar soll man das. Aber es kommen die Cops ja dann. Aber es kommen die Cops ja dann. Aber meins hat es mich laut aus. Ja, das stimmt wirklich. Wow, ich wollte dich nicht treffen. Hä? Hä? Ich hab gesagt, ich wollte dich nicht treffen. Wow, Granate! Ja, übertreib. Ja. 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 GG, ey. Ich hab null Sicht gehabt. Oh, Waffenlizenz ohne Dingsbums. Na die Scheiße. Was? Waffenlizenz ohne Dingsbums ohne Dingsbums? Waffenlizenz ohne Dingsbums? Waffenlizenz ohne Dingsbums? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 2. Fallback! Fallback! Was ist denn hier für ein dicker Haufen Geld? Ja, meins. Ja, meins. Ach, hunderttausend nur? Müsste doch eigentlich mehr sein. Müsste doch eigentlich mehr sein. Wie lange nur hunderttausend? Sehr wahrscheinlich, weil wir in einer Gruppe sind und uns nicht gegenseitig looten können. Das ist halt ne Sicherheitsmaßnahme. Ey, unser schöner Ifrit ist kaputt. Wir haben ihn kaputt gemacht. Na, Nagebinder, Nagebinder. Ach, Schweinehunde hier. Ist der Polizist auch nicht am HQ? Schon geguckt? Nö, da war ich jetzt nicht so ganz sicher. Bis dahin. Bis dahin. Weil ich bin ja ganz nackig. Ich bin ja ganz nackig. Komm, lass mal zum HQ. Ja, ich hab noch ne Waffe für dich im Rucksack. Komm her. Muss hier erstmal ne... Nee, nee, warte mal. Ist doch ganz gut, dass ich jetzt keine Klamotten anhabe. Warum? So kann ich ohne Probleme reinlaufen, ohne Probleme reinlaufen. Ich lauf da so rein, ohne Scheiß. Kennst mich doch. Ich lauf da jetzt so rein und knall'n ab, wenn er da steht. Anschlag auf Kavala. Nix ist mehr Safe Zone. Nix. 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 Feuermodus hier wechseln, ne? Vorhin der Südsee. Ah, wir befinden uns kurz vor Ende dieser Aufnahme und gucken mal, was noch hier so ist. Der Rebellion-Start ist heute etwas langsam. Vor allem die Polizei hätte reagieren müssen. Auf jeden Fall Alex anscheißen, warum er nicht gespielt... Alter, im HQ sind selbst Nagelbänder. Loll. 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 Selbst im HQ haben sie sich eingenistet, ey. Ich wollte die Angst hatten, ey. Ich wollte die Angst hatten, ey. Boah, nie einen Schiss. Mach euch auf, ihr Loch. Ah, ich guck. Ah, ich guck. Mach die Schranke da auf. Hier, komm, ich leg dir meine Waffe hin. Guck mal. Geh mal hier die gute MK-18. Baller mit der Kativa weiter. Damn, Alter. Na, schöne Waffe. Na, schöne Waffe. Mach ich auch mal. Mach ich auch mal. Kativa ist echt geil. Sau gute Waffe. Ich geh hier hinten rein. Ich geh hier hinten rein. Jeder, der sich im Polizeia-Ku befindet, wird sterben. Der ist nicht da, ne? Der ist ja bestimmt hinten auf der Insel, ey. Der ist ja bestimmt hinten auf der Insel, ey. Der ist ja bestimmt hinten auf der Insel, ey. Auf dieser Insel. Auf dieser Einzelnen, da? Ja, 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 ja. Diese ganz oben, ne? Auf der Karte, da, ne? Ja, der Air Spawn. Ja, der Air Spawn. Der Air Spawn. Meinst du, da ist der? Naja, bestimmt. Naja, bestimmt. Kann man da einen töten drauf? Klar. Klar. Jetzt mal hinfliegen, ne? Weil der ist ingame. Das heißt, der muss irgendwo... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Cop... Irgendwo einfach einfach da rumstehen. Pass auf. Wow. Wo wollen wir hin? Wir können ja mal da hinfliegen. Wir können ja mal da hinfliegen. Wir können ja mal da hinfliegen. Du fliegst, ich schieße. Ja. Warte, ich mach mal kurz ne kleine Markierung. Warte, ich mach mal kurz ne kleine Markierung. Warte, ich mach mal kurz ne kleine Markierung. Ja, ein Inselchen da rum, ey. Wird die weg sein. Achso, hab ich ja schon markiert. 12 Kilometer? Was? So weit? Ach, sind wir schnell. Sind wir schnell. Ja, sind wir schnell. Hier in der Gatling ist gar nix drin, Mann. Hast du dir Fund schon gesagt? Hast du dir Fund schon gesagt? Hast du dir Fund schon gesagt? Ist ja langweilig. Was war das denn? Was war das denn? Keine Ahnung. Was machst du denn da? Ich mach ja ne. Ich mach ja ne. Das hört sich ein bisschen komisch an. Ja, ja, ja. Ich will mit rein. Fällt sich komisch an. Ja, der Hill ist auch ganz komisch hier. Ja, der Hill ist auch ganz komisch hier. Alter, was war das denn jetzt hier? Ich will raus. Ich will raus. Alter, was war das denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt? Voraus. Wenn das Ding explodiert, ey, ich hab keinen Bock zu sterben. Nein, wir sterben nicht. Nein, wir sterben nicht. In 60 Sekunden ist er wieder heile. In 60 Sekunden ist er wieder heile. Warum zerschießt du mein Heli? Warum zerschießt du mein Heli? Tue ich nicht. Und der Kneitercard drauf. Und der Kneitercard drauf. Achso, das ist die Kativa. Hahaha. Alter, was hast du mit dem Heli gemacht, ey? Keine Ahnung, das war. Keine Ahnung, das war. Der hat voll die komischen Geräusche gemacht. Naja. Naja. Damit kann ich noch fliegen. Das ist wunderbar. Na warte. Na warte. 30 Sekunden. Motor an. Attacke. Ding startet noch nicht meins mehr. Guck mal, die Engine ist ja auch rot, ne? 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 Der Motor ist rot. Bei mir war ja grad die Engine rot. Bei mir war ja grad die Engine rot. Der Motor ist ja auch rot. Der Motor ist nicht gut, ey, dass der rot ist. Kann ich nicht laufen. Noch, noch. 13 Sekunden. 13 Sekunden. 1% ist eine Sekunde hier? Ne, der zählt von jetzt 60 Sekunden runter. 60 Sekunden runter. Hä? Wie hoch? Ja, ja. Ja, das ist ne ganz andere. Ja, das ist ne ganz andere. Wenn du mal keine Reparatur-Tools hast. Wenn du mal keine Reparatur-Tools hast. Der Motor ist orange, ne? Ja. Start noch? Wird's besser, oder? Wird's besser, oder? Keine Ahnung, jetzt kann ich wenigstens wieder starten. Ob das Ding bis dahinten heile ankommt, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen, ob das Ding das kann. Ja, ich find das ja... Was auch geil hier ist an den Heli ist, wenn du hier versuchst mit dem Seil runter zu gehen. Geh in die Tür next rauf. Ja? Ja. Wenn du fast Rope machst. Ja. Ja. Geh in die Tür hier hinten rauf. Geh in die Tür hier hinten rauf. Hab ich noch nie so drauf geachtet, muss ich mal gestehen. So. Meinst du, der ist auf dieser Insel? Ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, wo soll er sonst sein? Wir können ja einen Bankraub machen. Boah, wir können an sein Haus. Boah, wir können an sein Haus. Boah, Fliegen hat auch ein Gebäude. Boah, Fliegen hat auch ein Gebäude. Großes. Ja, ich weiß aber. Der kriegt ja eh grad nichts gebacken. Können wir eigentlich einen Bankraub machen. Wollen wir uns noch nicht mal Sorgen machen. Waffe hast du? Ja, aber eigentlich so. Du hast aber ab vier Kopf erst mal. Ja, was haben die anderen letztens gemacht. Ich war auch alleine. Okay, okay. Wo ich dich reingeholt habe. Wo du dann am Ende des Bankraubs gesagt hast, wofür bin ich jetzt gejoint? Wo ich dich alle drei alleine fertig gemacht habe. So geil. Bester Bankraub. Ohne Scheiße. Und dann habe ich keine Aufnahme. Das war ich die geilste Bankraubaufnahme wäre gewesen. Aber nein. Aber nein. Könntest du mal aufhören? Könntest du mal aufhören? Könntest du mal aufhören? Könntest du mal aufhören? Werd mir ja schlecht hier hinten. Schaukel nicht. Das ist der Wind. Ganz schön viel Gegenwind haben wir da. Also. Also. Bin Teil der Wind. Ich fliege immer so tief. Also. Was also? Also. Also. Und mal wieder runter hier. Wer da kommt jetzt ein Laternenfall? Mach es. Mach es. Jetzt bin ich mit dem Deutsch geflogen. Hör und zerlegte. Hör und zerlegte. War es den Laternenfall oder dich? Der Laternenfall. Uns. Mich und noch jemand. Mich und noch jemand. Mich und noch jemand. Jaja. Laternenfall ist ganz schön stabil geworden. Vor allem voll sinnlos eigentlich. So ein Heli würde eigentlich glaube ich. Laternenfall mal eben wegpusten ey. Oh voll die Wind. Oh voll die Wind. Oh voll die Wind. Oh voll die Wind. Die sind tückig. Die sind tückig. Ja. Da kannst du nicht mal eben so durchfliegen. Ne. Hab ich schon versucht. Hehehe. Rummy Bird ey. Voll gegengeprasselt ey. Bam. Ich dachte ich bin schneller als das Ding ey. Hehehe. Hehehe. Pustekuchen war ey. Hehehe. Hehehe. Ah ja. Hehehe. Entsd�. 000cm. Grypt. propre. Ein. Bye.